Hat er einfach schon angefangen. Was würd'n das für'n Kuchen? Ein Blechkuchen, ein Streuselkuchen. 200 Euro. Was mach' ich denn hier? Meine Frisur ist erst am Donnerstag zeigbar. Ah ok, ich mach' hier einfach schwarz. Mach' ein Smiley vor meinem Kopf. So, trocken hier. Da kommt Hürfel in der Kuchen. So, Zucker. Wie viel Zucker war das? Zucker mit X. Ja, ich nehm' Zucker mit X. 80 Gramm. Keine Butter, kein Zucker. Fui. Du hast da'n Fleck auf deinem T-Shirt. Ja. So, jetzt kommt noch die Margarine. Was nehmen wir denn für'ne Margarine? Eine ohne Milch. Marina, Sonja oder Sana? Das ist so'n Ding, dass die alle verschiedene Namen haben. Ja, wir kommen aus der selben Firma heute. Ich hab' nicht festgestellt, was der Unterschied ist. 110 Gramm. Perfekt. Nur mit einem Schnitt. Puff, und die Hälfte? 250 sind von 125 vollen. Das ist unglaublich. Ich hab's ja so drauf. Ja, in deinem Alter muss man sich über die kleinen Dinge freuen, ne? Ich kann so dieses Schwarz von deinen Haaren so kiemen und dann mach' ich so grün. Kannst du meine Haare ... Kannst du mir eine neue Frisur verpassen da mit irgendwelchen Tricks? Warte guck mal ... Blond! Genau, gerade in die Kamera. Was hättest du jetzt gerne für eine Frisur da drauf? Mh, Marilyn Monroe. Okay, ich probier's. Du hast nicht gesagt, ne? Das, er ernten jetzt einen Kuchen bägt für sein Geburtstag. dass er jetzt so gut wie 100 jahre wurde naja die hälfte der zweiten hälfte jetzt also wenn wir den hier glauben schenken dann ist er ja erst 30 geworden so wen hättest du gern marina sonja oder sahne also ich hätte lieber ich hab dir schon ein tee gemacht das ist nichts gewohnt das brot nicht zeigt das riecht voll nach bier wahrscheinlich du na ich bestimmt nicht ich war doch noch beim zahnarzt verkaufen ja nicht betrunken zeigt deinem rot nicht genug zutaten nicht aufgegangen irgendwie stimmt hier mal was mit der schärfe nicht ganz glaube ich mit dem licht es ist ganz schön weiß wenn man das so sieht man kann das umstellen ja da kann die kritik nicht umgehen da tag ich dich mal was kommt da jetzt rein wieder mehl margarine aber keine hefe ich habe die einstecke ist schon fertig will ich nur mal sagen du hast backen aber dafür machst du sehr gerne rot ja das ist auch backen ich wollte die schnur mit deinem wiederflüchen konzentrieren rot backen ist nicht backen da darüber machst du eine umfrage wieder nicht es gibt leider keine umfragen mehr auf youtube sonst könnte ich hier oben an der seite da so eine umfrage einblenden aber das gibt es seit 2009 ich behaupte ich behaupte brotbacken ist auch backen was behauptest du hoffmann ja es ist nicht so ein backen naja mit diesem backautomat ist es nicht so richtig backen weil es ist einfach nur zu zusammenschütten und fertig so ein rezept das muss ich in den backofen rein machen das war super verkauft und versammt durch hier steht hat die lieferung fragt gesagt ich mache es ist unnahmisch aus kann man die essen schmecken die die hast du selber gemacht oder ist es von deiner kopfhaut oder hast du deine füße gerieben also weißt du mit essen spielt man jetzt ist auch noch nicht so zerlaufen das ist schon alles gut ist jetzt in der fläche das ist schon super geworden hier ist schon ein bisschen braun herum und die seiten sind auch schon braun hm hm